Der Kunstrasenplatz an der Oberaue war für 65 Kinder und Jugendliche in den vergangenen zwei Wochen beim Stadtwerke Feriencamp der zentrale Punkt, um an ihren fußballerischen Fähigkeiten zu feilen. Kurz vor Abschluss der zweiten Woche des Fußballcamps luden die Verantwortlichen des FCC zusammen mit den Stadtwerken Jena ein, um über die Weiterführung dieses besonderen Kinder- und Jugendsportsponsorings zu informieren. Für die Stadtwerke ist es wichtig, mit ihrer Unterstützung junge Menschen für einen aktiven und gesunden Lebensstil zu begeistern. Wir finden das total toll und total wichtig, dass es diese Feriencamp-Angebote gibt. Ich habe selber zwei Kinder, eins davon geht auch schon in die Schule und insofern kann ich das ganz gut nachvollziehen, vor welchen Sorgen und Nöten man auch als Eltern damit untersteht. Und da ist es super toll zu wissen, dass es so Angebote gibt und die Kinder da praktisch eine ganze Ferienwoche gut betreut sind und Freude an der Bewegung finden. Und auch für jemanden, der vielleicht jetzt nicht unbedingt in den Leistungssport gehen will, es ein Angebot gibt, wie man sich da betätigen kann. Mit dem Sponsoring sollen die Stadtwerke-Camps auch in den kommenden Jahren während der Schulferien veranstaltet werden. Es geht eigentlich darum, hier wirklich vor Ort den Kindern eine Möglichkeit einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung oder ihnen diese Möglichkeit aufzuzeigen und anzubieten. Es geht ja darüber hinaus hier in Anführungszeichen nur Fußball zu spielen, sondern soziales Gefüge mit anderen Kindern. Heute haben wir einen wunderbaren Tag, aber gestern hat es geregnet. Bei Wind und Wetter draußen zu sein und was Gemeinsames hier in der Region zu machen und eben auch eine erste Verbindung herzustellen zwischen Klub und einem Nachwuchs, Fan-Nachwuchs, Mitgliedernachwuchs und das ist schon eine wunderschöne Sache. Dass in dieser Woche mit 65 Kindern und Jugendlichen mehr kleine Fußballbegeisterte als jemals zuvor beim FCC Feriencamp waren, ist für den FC Carl Zeiss Jena und die Stadtwerke ein Beweis für den Sinn des Engagements. Denn so können auch neue Talente für den Regionalligisten gefunden werden.